Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing und zwar zu Blade Runner in der Special Edition. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier haben wir die Edition. Es ist eine UK Fassung, die gibt es gerade sehr günstig. Der Film ist ja schon etwas älter. Also naja, der Film an sich schon, aber auf Blu-ray gibt es ihn auch schon seit ein paar Jahren. So, wir haben hier Blu-ray plus natürlich digital. Wir haben hier das Auto mit bei aus dem Film als kleine Figur. Schauen wir mal von der Seite. Wie sagt es, die UK Fassung hat aber trotzdem deutschen Ton. Das ist dabei. Das Auto, so ein Artbook. Mehr gibt es dazu jetzt nicht zu der Verpackung. So, Folie weg. Halb leer, die Verpackung. Dann natürlich einmal den Film, ist klar. Dann das Artbook und das Auto. So, die Packung auf die Seite. Fangen wir mal erst mit dem Film an. Hier haben wir noch so ein Schild. Das ist jetzt kein Aufkleber. Das ist einfach nur eine Postkarte. Einfach nur ein kleines Bildchen. Sagen wir es mal so. So, mit dem Auto. Okay. Dann haben wir natürlich hier die Blu-ray. Das ist ja die 30. Anniversary Collector's Edition. Dann haben wir noch mal die ganze Sache. Hier haben wir drei Blu-rays. Moment, hier ist mal noch der Code. An der Seite packen. So, hier haben wir dann nochmal den Digitalkode zum Download. Wie gesagt, drei Disks, Kronos und so weiter. Das zum Film. Dann, wie gesagt, haben wir noch ein Artbook mit Konzeptzeichnung. Sachen aus dem Film. Zweiseitige sogar. Aber, wie gesagt, die eine Seite ist ein Art of Blade Runner. Und die zweite Seite haben wir hier von Archiv. Also, ja, wird dann sicherlich Bilder vom Dreh. Okay. 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 Das dazu. Dann kommen wir zu dem Auto. Ich schaue das mal aus. Da steht nichts weiter drauf. Ein Warnhinweis. Hier haben wir noch was. BTML. So, kommt aus England. Ja, und da haben wir halt. Okay, Made in China steht hier. Ja, ist jetzt viel Plastik. Keine bewegbaren Teile. Außer die Räder. Die drehen sich. Sonst aber nichts weiter Besonderes, sozusagen. Zeige es mir mal ein bisschen näher. Ja, fahren tut er auch so einigermaßen. Ja, und das wird der Special Edition halt von Blade Runner, der 30 Jahre Sonderedition. Und das wird es an dieser Stelle schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Wow. So. Bis zum nächsten Mal.